Herzlich willkommen bei K&S Metallbau in Olfen, Ihrem Profi für Stahlarbeiten. In unserem Meisterbetrieb stellen wir hochwertige individuelle Kunstschmiede sowie Stahlarbeiten für Balkone, Geländer, Fluchtreppen, Abdeckungen, Innen- und Außentreppen her. Unsere geschulten professionellen Mitarbeiter sorgen für qualitative Ergebnisse bei der Planung sowie Fertigung. In unserer Werkstatt erstellen wir mit 15 Jahren Erfahrung und moderner Technik Ihre gewünschten Kunstschmiedearbeiten, Stahlträger für Sanierungen und denkmalgeschützte Gebäude sowie verschiedene Bauelemente. Hierfür verwenden wir langlebiges, robustes und pflegeleichtes Material. Unser Fachbetrieb ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Metallarbeiten. Gerne übernimmt das Team unserer Meisterwerkstatt neben der einwandfreien Montage auch die Projektbearbeitung sowie Statikberechnung für Sie. Wir bieten professionelle Stahlbauten, Instandsetzungen und Sanierungen. Kontaktieren Sie uns unter www.ksmetallbau.de Stahlbauten, Instandsetzungen und inch beginnere Videos